Hallo Giraffe, Frau Ude, was wollt ihr heute machen? Wir wollen spielen. Hi, willst du ein Foto machen? Ja, gern. Ich will ein Foto machen. Was wollen die Leute schon wieder? Ich habe eine Banane zu essen. Klar, der Affe will eine Banane haben. Zebra, willst du mit mir spielen? Ich habe keine Lust. Und ich will meine Ruhe haben. Ich will meine Ruhe haben, eine Banane zu kommen. Entspanzen,